cappuccino freunde was geht ab ja es gibt wieder mal einige themen über das wir wieder berichten können ja ich bin ein nerviger youtuber ja ich komme immer wieder in den empfehlungen und auf youtube aber mir macht's halt bock videos zu machen und das ist halt meine leidenschaft und mein hobby und ja es ist nicht mein beruf für den ein oder anderen der mir nichts gönnt kein problem digger es ist nur mein hobby und ich mache sehr gerne meine videos und ja berichte einfach über neue themen wie sagt man so schön fair journalist also freunde wir gehen gleich rein in das thema was soll ich sagen der liebe mois abby schwört rache an maestro niko stuhl russland und an die ganze keller gmbh offiziell komplett gegen die ganze keller gmbh aber und jetzt habe ich mir gedacht der kommentar ist höchstwahrscheinlich schon gelöscht waren weil ich finde ihn nicht und gottseidank habe ich ihn gescreenshotet damit ich ihn euch zeigen kann was da genau passiert ist das ist mal der kommentar selber ich mach mal das foto groß gleich ich zeige euch das ganz kurz freunde also das ist mal der kommentar der zu sehen ist freunde ich ziehe mal dem bildschirm wieder komplett rein damit ihr sieht was da los ist genau das ist der kommentar freunde wir lesen gemeinsam ich mache mal ganz kurz ein bisschen groß der typ schreibt ihm old school geht gar nicht ohne den keller und die jungs aller daraufhin antwortet er und ich bibib den keller und jeden von den jungs wenn sie noch einmal oder noch mal mein brot angreifen dieser kommentar hat alleine schon 70 gefällt mir bekommen das ist glaube ich der einzige kommentar der diese gefällt mir bekommen hat bei moise ansonsten haben immer die kommentare von den abonnenten mehr normalerweise ja ich habe selber kommentiert unter seinem bild und auf meinem kommentar hat er geantwortet sogar zweimal ich werde ein separates video dazu machen weil ich da ehrlich gesagt auch eine nachricht an ihm habe weil ich gemerkt habe er sieht auch meine videos er guckt sich meine videos an also habe ich eine wirklich tolle nachricht an ihm an mein an mein lieben abby muss abby und da werde ich mich äußern das ist mal zu dem thema wie gesagt ich finde den kommentar gar nicht mehr weder beim ersten weder beim zweiten beitrag aber wie ihr seht er will den keller komplett und allen jungs die auch sein brot angreifen also ein video gegen ihn gemacht haben oder machen gegen ihn irgendwas tun dies das anders er will die alle auseinandernehmen erschwert rache aber lassen wir mal das jetzt kommen wir zum eigentlichen punkt nämlich zu den kommentaren unter seinem beitrag und freunde er antwortet wirklich jedem kommentar so und wenn ihr nach diesem video auch sehr gerne einen kommentar bei ihm verfassen wollte er antwortet kein ding also kommen wir gleich zum thema das ist mein kommentar da werde ich ein separates video machen weil ich habe zweimal kommentiert auch unter einem anderen beitrag aber guckt mal was er kommentiert der guckt mal der schreibt ihm ich glaube er hat eine psychose daraufhin schreibt er richtig krasse auf deiner mutter psychose natürlich sein kommentar 800 gefällt mir der von meis 21 daraufhin schreibt einer was hat seine mutter damit zu tun hat auch umso mehr gefällt mir als der kommentar von meis ihr seht die leute sind mega enttäuscht von meis und ich muss dazu sagen es ist ekelhaft daraufhin er sieht auch er daraufhin schreibt er was schreibt er alles du kleine sonst wärst du erzogen er schreibt demjenigen erzogen aber ist derjenige der die mutter beleidigt daraufhin schreibt er wieso beleidigst du mich 89 gefällt mir achtet auf die gefällt mir und er acht es wir sind auf dem profil von meis nicht auf dem profil dieses jungen mannes und auf dem profil von meis und meis wird auf seinem eigenen profil nicht so gefeiert wie die menschen die unter seinem profil kommentiert man merkt wie sehr die menschen enttäuscht von ihm sind wir reden über einen der deutschland hops genommen hat mit seinen videos und komplett einer der gehabtesten youtuber war einer kommentiert völlig am leben vorbei daraufhin meis nein nur an deiner mutter schon wieder gegen die mutter obwohl ich mir denke so ein kommentar das ist nicht mal hättiger das ist nicht mal ein hass kommentar die sind ja an und für sich nicht mal so gemein daraufhin schreibt er nein nur an deiner mutter und er kommentiert zurück mach mal weiter so viel spaß er hat nicht mal zurück geht ist ja obwohl er wieder mal auf auf seiner mutter losgeht hat er nicht zurück geht ist und wieder mal hat der kommentar dieses abonnenten mehr gefällt mir als der von meis und ich muss dazu sagen das verhalten dieses mannes der ist ein vater eines kindes ja ist oder mehreren kindern ich glaube da sogar zwei ist ja ekelhaft okay nächster kommentar dazu auf 500 gefällt mir auch dem kommentar bruder du hast ein schaden dir sollte man medikamente medikamentes helfen daraufhin kommentiert er die abonniere schnell bevor ich mir dein gesicht merke ja das ist ein schimpfwort auf arabisch das heißt du schmutziger bist du verliebt zum zwölften kommentar geh von meinen jahren runter ich finde das so ekelhaft wie er wie wie ekelhaft er kommentiert das ist ja ich wieder neutral die sache angehen aber das was ist das okay viele leute haben gegen dich videos gemacht et cetera aber du kommentierst mit dieser art und denkst dir du bekommst somit dann hype und die leute denken sich ja der liebe halb ist schon korrekter egal gehen wir zum nächsten kommentar freunde da zum beispiel bruder geht zu deinem geht zu einem hotcha und lass den jinn aus dir entfernen kann man kann man so sehen wie man will ja der meint ist ja eigentlich nur gut der will immer nur sagen bruder vielleicht hast du ein jinn irgendwas provozieren klar klar aber guck mal was jetzt wieder der allem kommentiert der ist nur in deiner mutter du der seit sechs jahren privat bläst und sagt pick meine beats die traurige kleine warte dich sehe ich noch irgendwo ich glaube so eine nachricht kann man nicht mehr kommen nicht mehr drohen nicht mehr beleidigen als was ist also ihr seht selber er geht auf die mutter er beleidigt ihn als hs und sagte warte noch ab wenn ich dich irgendwo sie alle kommentieren wieso bist du aber auf einmal so beruhig dich aber egal gehen wir zum nächsten kommentar jemand soll ihm sein hände wegnehmen dann kommentiert meis hör auf sonst nehme ich deine mutter auch weg allah das ist also wer die meisten kommentieren sind meistens wahrscheinlich 18 19 jährige vielleicht jugendliche und der da kommentiert ist ein vater von kindern der hat eine familie alles klar digga übrigens nicht nur du bist der einzige worüber videos gegen ihn gemacht worden sind ich bin mir sogar sicher apou red ja apou red würde nicht mal so reagieren wie du apou red würde nicht mal so reagieren wie du obwohl apou red seit gefühlt jahrzehnten schon gedisst wird und beleidigt wird und gegen ihn videos online sind die millionenfach klicks bekommen habe sogar alleine schon mimi aber er hat nicht mal so reagiert wie du okay einer schreibt ist der bruder schizu geworden normale frage ich hätte sogar kommentiert so ja bruder und was ist mit dir so auf den er kommentiert nein nur dein vater er kommentiert daraufhin wo bro ich würde niemals deine eltern beleidigen was ist denn los mit dir er kriegt ein like von meinem er kriegt ein like wie reif diese menschen sind und wie wie alle eben brauche ich mal reden allein schon die gefällt mir zeigen auf welcher seite die leute sind das ist ja richtig krank digga digga moiz abbe bieft sich einfach mit allen in den kommentaren daraufhin kommentiert moiz die wollten doch mein bieb ich gebe jedem bieder als einer schreibt im next up red darauf sogar er war in deiner mutter ja urte er schreibt ich sogar einer weil er was ist aus der geworden hat sogar mehr gefällt mir wieder aufs meis aller was ist das der beleidigte die mütter schon mittlerweile ganz normal als wäre es gar nix noch ein paar kommentare und das war es egal das ist viel zu viel für mich digga hast du eine psychose safe bist du am freitag sehen bisher ja es kommt wahrscheinlich freitag ist es übrigens zum ersten mal ein kommentar ohne beleidigung toll meis abi aber freitag kommt eine antwort bin gespannt oder wird gerade wieder eine negative entwicklung wer bist du dass ich dir gefallen muss dein besitz habe ihr wollt nur jeden hs wie dich bellen lassen auch wieder mutter beleidigt da zum beispiel eine schreibt ihr macht den sport am besten nee habe jetzt bock auf euren arsch eine schreibt schwul ist auch schon geworden freunde ich habe ich werde ein separates video machen weil ich habe unter moiz seinem beitrag auch kommentiert und das ganze zweimal er doch zweimal geantwortet ich werde dazu ein video machen mich würde es natürlich mega freuen wenn ihr dem video einen daumen nach oben gibt wenn ihr schreibt eure meinung in den kommentaren was ihr davon hält dass er mittlerweile rache schwört gegen den keller gegen alle leute mit denen er gearbeitet hat die ihm das geld oder keine ahnung weil sein hack nehmen will im endeffekt ich bin mega mega sprachlos von der entwicklung was aus ihm geworden ist diesen menschen hat man vor jahren gefeiert man hat vielleicht ihn sogar als vorbild genommen mittlerweile wenn man sieht was wie er genau schreibt und was aus ihm geworden ist es ist ekelhaft man sagt immer in der schwersten zeit erkennt man das wahre gesicht eines menschen und ja du hast gerade eine schwere zeit brauchen gar nicht reden aber wie du geworden bist wie du mit den menschen umgehst das ist ekelhaft diese menschen das waren menschen die dich support haben die die geld eingebracht haben die du die ganze zeit beleidigt ist ekelhaft naja das war's von mir meine lieben freunde ich würde mich mega freuen wenn ihr den kanal abonniert und halt weiterhin mich einfach supportet ich würde niemals jemanden beleidigen ihr kennt mich ansonsten war es ist von mir ich grüße eure herzen bis zum nächsten mal lieben freunde und wir sehen uns im nächsten video regtetrama regtmark sie gespr forest d